Gleich rollt der Ball, liebe Fußballfreunde und damit hallo und herzlich willkommen. Wolf-Christoph Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder für Sie am Mikrofon. Ah, harte Aktion, ist das vielleicht sogar rot. Man kann eigentlich nur hoffen, dass es nicht so weitergeht jetzt. Eine frühe rote Karte, die Spieler sollten gewarnt sein, der Schiri hier lässt nichts durchgehen.